Und ein Röntgen Frösspiele, Wishing Well. Schön, wer mal vernünftig ist. Der hat auch ne Kapuzen ein oder so. Haha, da kommt er doch tatsächlich. Davon vier Stück. Wer schon mal anfangen. Oh, es kommt schon mal. Oh, es kommt schon mal. Jawoll. Oh, es ist hier noch. Schade. Nett, nett. Oh, da ist mal ein Magic Tree. Mal schauen, ob wir noch ein paar anständige Böhnchen hinkriegen hier. Oh, es kommt noch mal. Oh, es ist nicht hier. Oh, es ist hier noch ein paar Tage. Oh, es ist jetzt nicht hier. Dich, das ist nicht hier. Oh, es ist nicht hier. Oh, es ist ja nicht hier. Gerne noch ein paar Zulingshäuser Oh, ich darf keine mehr holen. Nummer 10 Schade, haben wir schon besser gesehen. Und ein Röntgen Freisspiele kurz vor der Stundenpause. Gucken, was es uns noch bringt. Nichts, oder was? Alter, ich trink dir mal ein bisschen an. Also, das ist nett, was ich deutsche. Ja, das ist nett, was ich mot lên. Nichts, sondern es 1914. Es braucht einen Bonus aircraft. Okay und ich habe' untergebracht. Jetzt educación sindgia- quit. Das war's. Das hat's ja auch mal voll machen können, doch. Wieder nur 4. So, ein Beispiel haben wir noch. Entweder Lampe oder Feierabend. Noch mal 3. Schade, schade. 2,88. Na ja, besser wie nischt. Und hier kommen sie mal rein geflattert. 5 zu 3 Spieler. Los geht's. Ah, was ist doch noch mal das denn jetzt hier? Oh, es kommt schon. 2,88. 2,88. 2,88. 2,88. 2,88. 2,88. 3,88. 3,88. 3,88. 5,88. 5,88. So, schauen wir mal was hier ab geht. So, das geht's. 5,88. 5,88. 6,88. 7,88. Jui 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 Jui, Dröbinger! Wow! Sehr schön. Sehr sehr selten. Musik 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 Hm, gar nicht mal so übel. Shake, shake. Ui, das sieht gut aus. Oh, knapp eine 50 vorbei. Schade. 20 Actiongames. Ja, die Klamotten. Alter, weiter, 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 weiter. Ja, Mann. Da ruht er die Hütte voll. Du kriegst die Tür nicht zu. Sehr schön. Hammer. Ja, damit. Kohlen hier. Und hier ein Rundchen. Freispieler 80 Cent. Los geht's. Was hat Tcha 100 Cent? Die Stimmen Band. Sind hier Mitte. Da, das�� Tigeln hat man als München. Dach, der Guntel. Oh, no, I see here. Läuft dabei! So, gucken wir mal, was wir hier gerade an können. Na, nun streng dich mal ein bisschen an hier. Los, noch einer! Lump! 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 Tja, jypsa nicht! Sehr, was für einen hohen Zahn hier! Was für für eine Ausbeute? Seht ihr ja gar nicht. 7 noch was! Junge, Junge, Junge. Und hier kommen wir zwei Freispielereien geflattert, Railroad, los geht's. Und eine Packung oben drauf. So, du hau mal was aus hier. Wahnsinn. Das ist jetzt sein Ernst. Was für eine Lachnummer, ich hab's da ja nicht. Und hier ein Röntgen, Bock auf Feier, ein Euro, los geht's. Okay. Verlängerung. 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 5, 1 oder 3 So, jetzt schauen wir, was hier los ist. So, jetzt schauen wir, was hier los? So, jetzt schauen wir, was hier los? Das hätte besser gehen können. So, jetzt schauen wir, was hier los? 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 Ja, drei. So, jetzt schauen wir, was hier los? So, jetzt schauen wir, was hier los? So, jetzt schauen wir, was hier los ist. So, jetzt schauen wir, was hier los ist. So, jetzt gucken wir, was hier los? So, jetzt schauen wir, was hier los? So, jetzt schauen wir, was hier los? Oh, siehst du mal der Film. Martin ist schade. Oh, siehst du, siehst du, siehst du.